Ja hallo, herzlich willkommen hier auf der Hopfahre mit dem Kellerkind. Ja, ich bin da gerade bei, die Sämaschine wieder aufzufüllen. Ganz schön holprig hier auf dem Feld. Ja gut, wir sind noch ein bisschen zu schnell unterwegs. Kriegen wir das auch von der Innenansicht? Wo ist der? Er ist heute Abend. So. Prost. Prost. Schauen wir mal, wo der Punkt ist. Wo er aufgehört hat. Oh, muss der sein. Doch, nicht doch. Außen sieht es uns besser. Und Fahr einstellen. Also, der läuft schon mal. Der ratet. Ach, er ist auch noch da. Und dann starten. Und zurücksetzen. Also, der Schein rein. Also, dann stecken wir nicht. Dann fährt er sofort weg. so der macht 94 noch fertig hier läuft es auch noch 24.000 jetzt gleich wieder das formprogramm voll ich schau mal gegen, wieviel wasser geht denn rein ich mein 50.000 ja 50.000, dann ruhig nochmal fahren Gearspäin Ich frage mich gerade, wie viel ist das noch eine Fabrikation, die ich noch nicht entdeckt habe, oder sind die Notzüge. Anstrahlen. Gut, dann holen wir uns hier nochmal in den Ladung Hopfen ab. Den müssten wir noch in der Lager haben. Müssen wir mal schauen. Hopfen ist... Ende Passte, das Masse ist etwas wie lange erwähnt. Das ist ein bisschen weiterentwickelt. Gut, dann geht es auf dem Ladung Hopfen. den Lager der Lager in den Ladung Hopfen zu ernen. Jetzt kommt es auf dem Ladung Hopfen. Hier ist ein sehrณes Projekt. Obtaste ist eine kleine Radung Hopfen. Wenn ich da die Nach Sauce schließlich aufhör in den Ladung hopfen, Ich stecke den Verkehr fest. Oh, gut, entlassen. Noch zu weit. Dann ändern wir das gleich wieder mal. Dann stellen wir den ein bisschen gerader. Oh, gut. Wenn wir da jetzt vorbeikommen, wenn wir es sehen, können wir mal bemerken. Dann fangen wir kurz vorbei. Dann können wir etwas voll mit Hopfen. Dann fangen wir mal an. 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 Nein, Hopfen ist nicht voll. Warum lässt er mich denn da nicht ausschicken? Dann fangen wir mal an. 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 Ich habe den Kunde auch schon mal um 18 Uhr wieder die Tiere zu füttern. Wir kommen vielleicht schon mal die Lager. Vielleicht hat wieder was Platz. So, einmal, zweimal. Ja, Gott sei Dank. Wenn der dritte auch noch weggegangen wäre, dann wäre gar nichts mehr drin gewesen. Ja, bleibt erstmal da oben liegen. Vielleicht ist er auch gleich weg. So, hier habe ich auch nur noch zwei Ballen. Aber kommen wir in der Nacht quasi hier. Der geht schon noch niemals. Gut. Passte nur eine rein. Wolle ist auch schon wieder produziert worden. Drei, sechs Balletten. Du bist ja am Ansehen. Du wartest darauf. Aber ich könnte gleich eine Empfang nehmen. Und dann kommen wir zu den Waldwarenspringen. 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 Und dann kommen wir zu den Waldwaren. So, gleich voll. Abfahrer anstellen. Mal gucken. Ja, er fährt ab. So, hier ist erstmal voll. Das reicht für die Nacht. Aber für morgen früh oder da müssen wir auf jeden Fall Gras mähen. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal das eine Feld mit Stroh leer. Dann können wir grubbern, damit er angesät wird. Stroh können wir auch in der Nacht machen. Die muss auch wieder aufgefüllt werden. Jeden Augenblick. Fast die Hälfte geschafft. Ja, fast. Oder kommt da Wasser. Transporter. Sollen wir eigentlich abfahren, oder? Schaffen wir das? Autosafe. Dann machen wir das hier. Und dann. So, bei der Weise. Und dann. Floh. Wir schauen. Wir schauen. Ja, okay. Ja, hier ist der Schmidt-Karneubull. Den habe ich hier in der Halle reingefahren. Bisschen kompliziert, aber diese Rolltore hier, da passt er nicht durch. Die sind etwas zu niedrig. Also, hier die Tore, da kommt er rein, das sieht man ja auch klar, aber diese Fläche hier oben, da bleibt er hängen. Und dann muss sich halt durch den Mittelgang quasi entladen. So, du kannst aber jetzt mal die Klappe hinten zu ihr. Ganz rausfahren und dann um. Wenn ich es so knapp an der Kante. So, den kurz können wir rausschmeißen. So, jetzt fährt er runter zum Händler. So, die Sähmaschine muss aufgefüllt werden. Ich hoffe mal, dass wir dort jetzt langsam fährt. So, dass die Maschine fertig ist mit dem Stroh, damit wir da den Jondieren aufschicken können, um das Feld zu grubbern. Bevor hier auch diese Maschine fertig ist. Deckel mal ab. Das sieht doch viel zu weit, oder? Oh, nein, doch nicht. Das sieht so nah aus. Deckel drauf. Aber der Deutsche scheint aber noch am Fahren zu sein. Also, zwei Bahnen hat er dann, glaube ich, noch. Dann können wir den Jondieren. Also, kurze Bahnen nur noch. Dann können wir den Jondieren. Schau mal, wenn wir was schicken. Schau mal, wenn wir was schicken. Dann wird es ganz schön. Tschüss. チャungen. Schau mal, wenn wir was schicken. So, fahren wir den schon mal zum Feld. Vielleicht wird er gar nicht mehr voll. So, fahren wir hier drauf. Die Rundung kriegt er ja eh nicht. Was haben wir für diese? 94 Meter. Drei Meter. Drei Meter kuppern wir nicht mehr. Der kann weg. Der kann auch weg. Ja, muss ich ein Stück zurück. Wie ich es oben sehe. Der Funk ist da vorne. Kommen, wir starten einfach. Der soll jetzt noch mal voll machen. Und dann lassen wir das Rest sicher Strom liegen. Die müssen wir auch mal langsam losschicken. Ich habe mir hier für so einen Matz länger entschieden. Der passt da irgendwie oben hin, finde ich. Nichts immer so was Neues. Aber ich hoffe nur, dass... Oh! Wir haben uns jetzt nicht ganz perfekt. Aber wir haben sich beide nicht aus der Bahn geschmissen. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Ich hoffe nur, er kommt den Berg hoch. Wir fahren weiter. 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 Jetzt machen wir das Auto. So, das soll es auch schon wieder von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat noch ein bisschen zu lassen gemacht. Wir bleiben jetzt wieder dabei, hier auf der Hopfark, hier in der Köln-Aufnahme. Ciao, ciao.